Musik Musik So Leute, es geht weiter Jawoll Wir haben jetzt mal die Sounds zurückgetritt Wir haben nämlich festgestellt, dass ihr uns garantiert so gut wie gar nicht verstanden habt in der letzten Folge Aber da müssen wir jetzt mal durch Wie gesagt, der Peter ist immer noch hier am Song Du kannst übrigens loslegen Ja, wir legen mal los Hast du schon mal den Hau den Zombie gespielt? Den haben wir noch nicht Ich beziehungsweise schon Nee, keine Ahnung Junge, es ist genauso, als würde ich Hau den Lukas, kenn ich ja Du weißt schon Diese Wuscheligen kleinen Nagel Die Löcher in deinen Rasen buddeln Das sind für mich Maulhöfe Ja, genau so Nur sind das keine Eichhörnchen, sondern Zombies Und zu deiner Schaufel geht es einen Holz an Ah, okay Und statt mir haust du sie platt Gut Dann hauen wir mal ein paar Zombies So, jetzt müsste man uns besser verstehen, weil wir haben jetzt die Soundeffekte uns ja zu wenig gedreht Ah, derwoll Den Spaß kenn ich natürlich schon Einfach die Viecher dort hauen Das tut bestimmt schön weh auf dem Kopf mit dem Ding Oh ja, das macht nichts, ich merke das eh schon nicht mehr Ja, okay Ich meine, das waren ja die Zombies, ne? Ja Die einen auf dem Kopf Oh, das gibt ja mal richtig Blumen, ne? Oh, jeden Fall Ach, du kriegst Blumen, wenn du so ein Zombie hast am Kopf aus Genau Hau den Zombie, yeah Jawoll Das ist wie auf dem Schützenfest, ne? Ja Auf jeden Fall gibt's wie viel Geld Ja, Geld ist immer gut Ja, das stimmt Hier kommen wir gar nicht heraus Ah, übrigens, diese Dinger erscheinen schon mit meinem neuen Intro Ich hab noch so ein bisschen umgewummelt und mal Neues gebastelt Und der Peter hat ja auch so ein schönes neues Intro gebastelt Aber er könnte ja, das seht ihr ja dann Ahh Hilf mich alles Ja Schlag mich Aber das waren die Schäne anscheinend drauf Auf die Pflege ich diesmal Ja, ich steh auch auf Schlagen ab und zu Ahem Naja Okay, ja Na, willst du es probieren sonst schon? Ja, den haben wir, den könnte man auch da manchmal gebrauchen Dann würde ich den nur noch glatter, oder? Ja, klar Aber das ist ja dazu leicht Das stimmt, ja Na, habt ihr auch gelegt? Ah, nee Noch nicht Aber es ist gleich zu Ende von morgen Aber das ist ja schneller unterwegs, ne? Ja Letzte Welle Jetzt kommen bestimmt überall welche raus So, wenn wir noch ein bisschen Geld einsacken können Okay, ich hätte sie auch im Team Boom So Jetzt kriegen wir einen Hypnose-Pilz Oh ja, den kann ich dir nicht auf Hätte ich gestern gebrauchen können Oder vorgestern Deine Zahnschmerzen sind weg Ja Du kannst ab jetzt gut schlafen Aber die Hypnose-Pilz Der lässt ein Zombie für uns kämpfen Ui Ich bin mal gespannt Haus von Joffrey Na Oh, hier Ein Football-Zombie Yo Und wir haben jetzt hier oben Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Plätze Ja Statt sechs Da können wir ja nochmal richtig Den Zombies einheizen hier Was war das jetzt hier für ein Teil noch? Warst du gerade zuletzt für 75? Der Grabfresser Dann kannst du den Grabfresser Dann kannst du den Grabfresser ziehen Und dann machst du den weg So Den 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 Bist du sicher? Ja Also die Luftjagen brauchen wir glaube ich nicht unbedingt Keine Ahnung Du hast ja auch die Minen noch dazu Ja klar So wie sieht das aus Diese Türen-Typen sind nicht dabei Nur die hier sind ein bisschen gefährlich Diese scheiß Football-Zombies Die können ganz schön was einstecken Ja Ab und zu kann ich das auch Ja Einstecken Nicht wegstecken Ja ja einstecken Meine ich Ja Wenn ich Schläge kriege Beispiel Von Pierre Der haut mich ja immer Ach das stimmt Der Pierre Ja der Pierre Ja der Pierre ist ein Haudegen ne Ja klar Der haut dem alle Oh Ja ich lauf nur einmal um dich rum Weil ich muss nämlich jetzt meine Dings hier noch nehmen Dass die Entzündung aus dem Körper geht Achso ja deine Riesigen Tabletten Die sind geil ne Ja XL Format Ja genau Soll ich dich mal kurz in den Kopfhörer ab Weil ich muss noch ein bisschen Flüssigkeit haben Ja ich mach in der Zwischenzeit einfach weiter Na komm Deiner Zombie Nicht den Kopf Warum? Der bessere Den Der 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 Die Der Brains. 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 So, jetzt hab ich erstmal meine große Anti-BB-Pille genommen. Ahem. Ja. Uh, Jürgen, du bist eh schon schmanger. Ich glaube nicht, dass das was wirkt. Das stimmt. Ne, die soll eigentlich nur meine Xenomas erzählen. Ja, klar. Da, oh, da kommt unser Footballman. Den halte ich nicht so ein bisschen auf da oben. Ich weiß gar nicht, was der macht. Der rennt einfach durch hier. Ja, macht der den. Ja, doch, der frisst die Pflanzen auf, ne? Ja, ja, das klar. Ich dachte, er hätte noch so eine besondere Fähigkeit. Bin jetzt da eine, der, ja, macht der Trapos. Ja, ne, das kann er nicht. Ah ja. Er ist nur ziemlich schnell, ne? Und kann natürlich über sich viel einsteigen. Dann würde ich dann eine Miene hinsetzen. Das könnte ich auch mit so visieren, ne? Ja. Oh, was er also einsteigen kann. Oh, was er also einsteigen kann? Ah, okay, schon gut. Schon ist gut. Okay, er hat auch einiges eingesteckt, ne? Ja. Da ist hier so ein Grabstein noch, der noch nicht machen kann. Ja, da muss man inpflanzen. Ich... Ich auch. So, wieder ein Grabstein weniger. Eine riesige Welle. Ist das die letzte Welle oder nicht? Das ist die letzte. Let's go. Komm. Ich bin nicht in die Auslandung. Ach, ein Zaun in die Auslandung. Äh, wie geil! Er ist ein Lebeck. Aber ich komme schon nicht durch. Na komm, kleiner Zombie. So. Haben wir wieder was bekommen? Ja. Na gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns jetzt in der nächsten Folge. Und viel Spaß! Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020